Als Bill Bolanos Hund Bosco vermisst wurde, hat er jahrelang versucht, ihn zu finden. Es schien tatsächlich so, als wäre der arme Hund wie vom Erdboden verschwunden. Doch eines Tages hörte Bosco die Stimme seines Herrchens, der nach ihm rief. Was dann geschah, wird dein Herz erwärmen und dir Tränen in die Augen treiben. Genauso wie bei Bill. Bill hatte viele Jahre lang in Westerlay, Rhode Island gelebt. Er war dort aufgewachsen, kannte alle Menschen, hatte alle Orte besucht und liebte alles, was dieser kleine, aber wunderschöne Starr zu bieten hatte. Er lebte dort mit seinem wunderschönen Hund Bosco, den er adoptiert hatte, als er erst einige Wochen alt war. Im Laufe der Jahre waren die beiden eng zusammengewachsen und Bill sah Bosco als eine Art Sohn an. Bosco war ein Beagle-Mix, der sehr aktiv und abenteuerlustig war. Er war anhänglich, loyal und sehr liebevoll und genoss es, Zeit mit seinem Besitzer zu verbringen. Die beiden unternahmen lange Spaziergänge, spielten mit jedem Gegenstand, den sie finden konnten und fangen. Bosco liebte es, einem Ball oder einem Stock hinterher zu jagen und seine Beine waren wie verschwommen, wenn er hinter dem Gegenstand herflog. Dann brachte er ihn zu Bill zurück, ließ ihn zu seinen Füßen fallen und schaute geduldig und erwartungsvoll zu ihm hoch, um das Ganze zu wiederholen. Bill und Bosco standen sich so nahe, dass sogar die Nachbarn den Hund an seinem Namen erkannten. Wenn der Mann und sein Haustier spazieren gingen, grüßten die Leute auf der Straße sie mit einem Hallo Bill, gefolgt mit einem Hallo Bosco. Der Hund war genauso Teil der kleinen Gemeinde in Rhode Island wie sein Mensch. Doch eines Tages geschah etwas Schreckliches. Bosco verschwand spurlos. Bill war sofort beunruhigt, denn Bosco ging nur sehr selten alleine weg, wenn überhaupt. Als er also feststellte, dass sein geliebter Hund verschwunden war und nicht gefunden werden konnte, war der Mann am Boden zerstört. Und nicht nur das. Das Verschwinden betraf die ganze Nachbarschaft. Alle liebten Bosco und dass er plötzlich nicht mehr da war, war ein schwerer Schlag. Alle kamen zusammen, um Bill zu trösten. Sie hassten es, ihn so traurig zu sehen. Innerhalb von zehn Minuten nach der Entdeckung, dass Bosco verschwunden war, lief Bill durch die Straßen und rief nach seinem geliebten Tier. Schon bald hörten die Nachbarn, was passiert war. Auch sie kamen heraus und halfen. Bosco saß wie jeden Tag im Garten und spielte immer dann im Stock, als er sich irgendwie von dem Halsband befreite. Es gab eine kleine Lücke im Zaun. Also vermutete Bill, dass Bosco sich besonders mutig fühlte und sich auf sein eigenes Abenteuer eingelassen hatte. Das Problem war, dass man sich in dieser Gegend leicht verlaufen konnte. Viele der Straßen sahen gleich aus und man konnte sich sehr leicht verirren, wenn man zu weit ging und nicht sicher war, wohin man ging. Bill und seine Freunde schmiedeten einen Plan. Sie druckten hunderte von Plakaten mit Boscos Gesicht und der Aufschrift Missing sowie einer Telefonnummer aus. Sie zogen durch die Gegend und verteilten die Plakate an die Leute auf der Straße, hängten sie an Autos und hefteten sie an Bäume und Masten. Hoffentlich würde jemand den Hund erkennen und seinen Besitzer benachrichtigen. Während Bills Freunde die Plakate verteilten und versuchten, den Hund zu finden, ging Bill zu den örtlichen Tierheimen. Vielleicht war Bosco von jemandem gefunden und ins Heim gebracht worden. Als er die Reihen der Tiere ablief und jeden einzelnen Käfig untersuchte, fühlte Bill, wie sein Herz zu sinken begann. Es war klar, dass Bosco weder dort noch in einem anderen Tierheim in der Gegend war. Seine nächste Idee war, zur Polizeiwache zu gehen. Vielleicht konnte Bill die Hilfe der Beamten in Anspruch nehmen, um seinen armen, vermissten Hund zu finden. Er erklärte ihnen die Situation und sagte ihnen, dass Bosco wie ein Sohn für ihn sei, aber die Polizisten schienen nicht sonderlich daran interessiert zu sein. Trotz Bills größter Bemühungen gab es kein Zeichen von Bosco. Es schien, als ob er spurlos verschwunden war. Monate später musste Bill Rhode Island verlassen, um nach Lafayette in Colorado zu ziehen. Es brach ihm das Herz, dass er sein Zuhause zurücklassen musste und er verlor, fast die Hoffnung, Bosco jemals wiederzusehen. Er sagte sich, dass die Entfernung vielleicht helfen würde, die Wunde zu heilen, aber tief in seinem Inneren wusste er, dass das nicht der Fall sein würde. Er wusste, dass der Winter nahte und die kalten Monate dort waren absolut bitter. Wenn Bosco bei diesen niedrigen Temperaturen draußen war, würde er womöglich erfrieren. Was Bill nicht wusste war, dass einer seiner Freunde in Rhode Island immer noch auf der Suche nach dem Hund war. Er hatte gehört, dass einige Hunde gesichtet worden waren, aber niemand hatte den Hund, der jetzt auf der Straße lebte, finden können. Die Hoffnung war noch da, auch wenn Bill es noch nicht wusste. Zwei Jahre vergingen. Bill hatte begonnen weiterzuziehen. Natürlich vermisste er Bosco, aber er versuchte sein Bestes, um es in die Vergangenheit zu drängen und nicht an seinen geliebten Hund zu denken. Es tat zu sehr weh. Als Bill aus heiterem Himmel eine Nachricht von jemandem aus Rhode Island erhielt, war es eine Untertreibung zu sagen, dass er schockiert war. Die Nachricht auf Facebook lautete Bill las die Nachricht mehrmals, um sicher zu gehen, dass er sie verstanden hatte. Er konnte nicht den ganzen Weg zurück in sein altes Zuhause gehen, also hatte er eine neue Idee. Bill kontaktierte eine Frau namens Sheila Graham, die tagsüber beim Heimatschutz und in ihrer Freizeit als Tierdetektivin arbeitete. Mit neuer Hoffnung erzählte Bill Sheila seine Geschichte und zu seiner großen Freude sagte sie, dass sie ihm helfen könne. Da sie viel Erfahrung mit dem Einfangen von entlaufenden Hunden habe. Als erstes stellte sie eine Kamera in der Gegend auf, um sich zu vergewissern, dass der Hund tatsächlich dort war. Als sie nach ein paar Tagen des Wartens endlich ein Tier sah, das wie Bosco aussah, stellte sie mehrere Fallen auf und köderte ihn mit allen möglichen Leckereien. Burger, Pommes, sogar Steak wurde in die Käfige gelegt, die zuschnappten, wenn ein Hund sie betrat. Bosco war allerdings sehr gerissen und ließ sich nicht so leicht fangen, aber Sheila war hartnäckig und wollte nicht aufgeben. Es dauerte ein paar Wochen und ein paar mehr Steaks, als er lieb war, aber dann hatte sie Bosco endlich in der Hand und er passte genau auf die Bilder. Er war etwas schmutziger, aber sein flauschiges Fell brauchte einen guten Trimm, aber das war eindeutig Bosco. Während sie den kleinen Hund ins nahegelegene Tierheim fuhr, um ihn untersuchen zu lassen, rief sie Bill an. Bill nahm den Hörer ab und sagte nervös, hallo? Doch bevor Sheila ein einziges Wort sagen konnte, stieß Bosco ein aufgeregtes und glückliches Heulen aus. Er erkannte eindeutig Bills Stimme und sein Schwanz wedelnde vor Freude. Auch Bill erkannte das aufgeregte Heulen und freute sich, dass Bosco gefunden worden war. Er hatte seinen armen Hund schon fast aufgegeben, aber da war er nun sicher und gesund. Diese Begegnung war so herzerwärmend, dass Sheila ihre eigenen Tränen nicht zurückhalten konnte. Bill bedankte sich herzlich, aber es gab ein Problem. Bosco war in Rhode Island und er war in Colorado. Wie sollte er seinen Hund zurückbekommen? Zum Glück kamen einige von Bills alten Freunden und Nachbarn zu Hilfe. Sie waren hoch erfreut zu hören, dass der Hund gefunden worden war und sie alle steuerten etwas Geld bei, damit der Hund direkt zu Bill nach Colorado gebracht werden konnte. Innerhalb weniger Stunden war genug Geld zusammengekommen und nur eine Woche später war Bosco wieder mit Bill vereint. Zuerst war er unsicher und ging nervös auf den Mann zu. Aber sobald er Bill roch und seinen Geruch erkannte, brach Bosco vor Freude aus, sprang an seinem Besitzer hoch und leckte ihm das Gesicht. Bill weinte freudentränen und schwor sich und Bosco, dass er den schönen Hund nie wieder aus den Augen lassen würde. Hast du schon einmal von einer so engen Beziehung gehört wie die von Bill und Bosco? Hättest du die Hoffnung aufgegeben, deinen Hund nach all dieser Zeit jemals wiederzusehen? Wir freuen uns über deine Gedanken unten in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020